Wissen Sie, was Enterprise Content Management ist? Nicht? Wir von Optimal Systems erklären es Ihnen gerne. Das ist ein mittelständisches Unternehmen. Es steht wie alle Firmen vor der großen Herausforderung, seine Dokumente, Informationen und Daten bestmöglich zu organisieren. Schließlich will das Unternehmen effektiver arbeiten, Prozesse beschleunigen und Kosten senken. Überall gibt es dieselben Probleme. E-Mails sind unauffindbar, Papier muss mühsam weitergereicht werden und jeder legt Dokumente dort ab, wo er will. Oder auch gar nicht. So müssen beispielsweise einfache Standarddokumente immer wieder neu erstellt werden. Zudem ist die Papieraktenarchivierung kompliziert und platzfressend. Ganz zu schweigen davon, dass die Daten nicht ausreichend geschützt und gesetzliche Vorgaben nicht eingehalten werden. Das Unternehmen muss dringend etwas ändern. Nur, wie bekommt es sein Informationsmanagement in den Griff? Ganz einfach. Durch Enterprise Content Management. Ein ECM-System digitalisiert, erfasst und verwaltet zentral alle Daten eines Unternehmens. In ihm lassen sich diese so ablegen, dass alle Mitarbeiter die benötigten Dokumente und Infos schnell und einfach finden. Von der intelligenten Dokumentenverwaltung einer ECM-Software profitieren allem Unternehmen. Personaler können Bewerbungen schneller bearbeiten. Finanzexperten müssen nicht länger mit Papierrechnungen hantieren. Und Qualitätsmanager verbessern ihre Prozesse. Unternehmen können mit ECM sämtliche Arbeitsvorgänge effektiver gestalten und effizienter realisieren. Das spart wertvolle Zeit. Ein weiterer Pluspunkt, alle Dokumente werden revisionssicher archiviert und für lange Zeit vor unbefugten Zugriffen geschützt. Bei richtigen ECM-Lösungen handelt es sich um flexible Systeme. Unternehmen können sie also in eine bestehende IT-Struktur einbinden. Ob Basisversion oder individuell angepasste Lösung für alle Abläufe. ECM kann organisch wachsen. Der Vorher-Nachher-Vergleich. Unternehmensprozesse laufen einfacher und schneller. Dadurch haben die Mitarbeiter mehr Zeit für ihre eigentliche Arbeit und sind motivierter. Und wenn das System intuitiv bedienbar ist, arbeiten auch alle gerne damit. Aber ECM ist nicht gleich ECM. Wählen Sie ENAIO, das wahre ECM von Optimal Systems. Es ist einfach, sicher, integrierbar, skalierbar und mobil. ENAIO. Einfach, unternehmensweit. Mehr Informationen unter enayo.de